Es ist mal wieder Zeit zu Traigern. Zeit für das Rezept des Monats. Heute zeige ich euch, wie man auf einem Pelletgrill von Traeger ein leckeres Tri-Tip mit Shimichurri zubereitet. Für dieses rauchig-saftige Gericht braucht ihr ein Tri-Tip, hierzulande auch als Bürgermeisterstück bekannt, eine beliebige Barbecue-Soße, einen Barbecue-Rub Euroval und Wasser- oder Fleischbrühe. Das ist schon alles und die Zubereitung ist mehr als einfach. Ihr müsst das Fleisch großzügig mit der Barbecue-Soße einreiben. Das Ganze kommt dann zum Marinieren am besten über Nacht in den Kühlschrank. Diese Zeit nutzen wir für das Shimichurri. Ich nehme hierfür Don Marcos Shimichurri, Olivenöl, Essig und etwas Wasser. Zuerst solltet ihr die getrocknete Mischung mit dem Wasser quälen lassen. Nach ein paar Minuten müsst ihr nur noch den Essig und das Öl dazufügen und umrühren. Fertig! Wenn ihr am nächsten Tag bereit seid zu grillen, bereitet ihr euren Traeger vor. Ich empfehle für dieses Rezept die Original Traeger Mesquite Panels. Auf dem Timberline müsst ihr nur die gewünschte Temperatur von 80 Grad Celsius einstellen und warten bis diese erreicht ist. Nun würzt ihr das Fleisch noch mit dem Rub eurer Wahl. Dann legt ihr das Tri-Tip auf den Grill und lasst es für circa drei Stunden bei geschlossenem Deckel räuchern. Wer es etwas rauchiger im Geschmack mag, kann beim Timberline noch die Super-Smoke-Funktion zuschalten. Hiermit generiert der Traeger noch mehr des puren, geschmackvollen Rauchs. Wenn die drei Stunden vorbei sind, legt ihr das Fleisch auf ein großes Stück Alufolie und füllt das Wasser bzw. die Fleischbrühe dazu. Dann verschließt ihr das Alupäckchen und schiebt alles zurück auf den Traeger. Die Temperatur muss nun auf 180 Grad erhöht werden. Dann bleibt das Tri-Tip nochmal für weitere circa 45 Minuten auf dem Grill. Wer sein Fleisch eher medium haben möchte, sollte die Zeit nach unten anpassen. Dann ist das Bürgermeisterstück auch schon fertig und kann vom Grill genommen werden und angeschnitten werden. Lasst es euch nun gut schmecken und ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Pedalgrill von Traeger. Stop grilling and start Traegering!